Wir Muslime essen zu viel Fleisch. Lasst uns über unseren Fleischkonsum sprechen und mittels der Überlieferungen aufzeigen, was wir richtig oder auch falsch machen. Zuallererst solltest du wissen, dass Gott der Allmächtige den Muslimen erlaubt hat, Fleisch zu essen. Hierzu kannst du zum Beispiel auf die Sure 22, Vers 28 oder Vers 36 des Heiligen Korans zurückgreifen. Dementsprechend erübrigt sich für uns Muslime die Diskussion, ob Fleisch essen Tierquillerei sei, so wie es zum Beispiel die militante Veganerin andauernd behauptet, da Gott uns schlichtweg bestimmte Tiere für den Verzehr bereitstellte. Doch nicht nur das, der Prophet Mohammed, der Friede und Segen sei mit ihm und seiner Familie, liebte sogar das Fleisch, wie es zahlreiche Überlieferungen berichten. So sagte Imam al-Sadiq, der Friede sei mit ihm. Der Prophet Mohammed liebte es, das Fleisch zu essen. Auch Imam Ali berichtet, dass der Prophet Mohammed, der Friede und Segen sei mit ihm und seiner Familie, sagte, das Fleisch ist das Oberhaupt der Lebensmittel in dieser Welt und der nächsten. Doch leider gibt es heutzutage tatsächlich auch Muslime, die behaupten, dass der Prophet Mohammed, der Friede und Segen sei mit ihm und seiner Familie, nie Fleisch gegessen hätte, um zum Beispiel den veganen Lifestyle, besonders den Muslimen, schmackhaft zu machen. All diese Behauptungen jedoch widersprechen dem Koran und zahlreichen Kapiteln an Überlieferungen in den Werken der Muslime. Gehen wir sogar ein Stück weiter. Überlieferungen, die positiv über den Fleischverzehr berichten, gehen sogar so weit, indem sie es als verpönt betrachten, wenn man 40 Tage lang kein Fleisch isst. So sagte Imam al-Sadiq, der Friede sei mit ihm. Fleisch bringt beim Menschen Fleisch zum Wachsen. Jener, der für 40 Tage kein Fleisch mehr isst, dessen Verhaltenszüge verschlechtern sich. Und um genau diese Verhaltenszüge wieder zu bessern, sollte man den Asan in dessen Ohr sprechen. In einer anderen Überlieferung wurde Imam al-Rida, der Friede sei mit ihm, berichtet, dass es Menschen gibt, die sagen, dass jener, der nicht drei Tage lang Fleisch verzehrt, dessen Verhaltenszüge sich verschlechtern würden. Imam al-Rida sagte, nein, sie lügen. Er jener, der für 40 Tage kein Fleisch isst, dessen Verhaltenszüge samt des Körpers stoßen auf Veränderung. Wie wir sehen, wird dringend davon abgeraten, 40 Tage lang kein Fleisch zu essen. Doch nun kommen wir zum großen Problem. Das Kernproblem der Muslime heutzutage ist nicht, dass sie 40 Tage lang kein Fleisch essen, sondern vielmehr, dass sie jeden Tag Fleisch zu sich nehmen. Wir Muslime und die Menschheit im Allgemeinen essen tatsächlich zu viel Fleisch. Von daher lasse mich dir zuerst einmal eine Überlieferung aufzeigen, die vor einem zu hohen Fleischkonsum warnt. Imam al-Zadik, der Friede sei mit ihm, berichtet. Imam Ali, der Friede sei mit ihm, mochte es nicht vom Fleisch abhängig zu sein und pflegte es zu sagen, das Grausame daran ist, wie das Grausame am Wein. Zu den ungesunden Folgen eines zu hohen Fleischkonsums kommen wir am Ende des Videos. Du solltest zuallererst wissen, dass man zu Zeiten des Propheten nicht jeden Tag Fleisch aß, eher zu besonderen Anlässen, wie die Überlieferung aufzeigen. Zum Beispiel, sobald Gäste eingeladen wurden, zu Feierlichkeiten, islamischen Festen und so weiter. Natürlich gab es auch Tage außerhalb der benannten Anlässe. Jedoch war das Essverhalten in keiner Weise mit unserem heutigen Essverhalten zu vergleichen. Denn erstens, damals nahm man im Allgemeinen viel weniger Mahlzeiten zu sich, als wir heute. Zweitens, man hatte auch nicht die Lagerungsmöglichkeiten wie heute, Gefriertruhen, in denen man über Monate Fleisch lagern konnte. Drittens, es gab auch keine verarbeiteten Fleischprodukte, wie Wurst, Salami und Mortadella, die wir heute künstlich verarbeitet wurden und mit fragwürdigen Inhaltsstoffen vollgepumpt sind, so dass das Halbbarkeitsdatum ewig hält. Schaue hierfür einfach mal auf die Inhaltsstoffe der besagten Produkte, Stichwort die ganzen E-Stoffe. Da uns jedoch all diese Möglichkeiten heutzutage zur Verfügung stehen, besonders die verarbeiteten Fleischprodukte, die wochenlang in unserem Kühlschrank verharren, greifen wir immer häufiger auf Fleisch zurück, dazu auch noch in minderwertiger Qualität. Da bringt dann das Halalsiegel auch nichts mehr, was die Gesundheit betrifft. Und genau ab diesem Punkt sollten wir eben über die Gesundheit sprechen. Es ist nun mal ungesund, zu oft Fleisch zu essen. Zuallererst sollte nochmals betont werden, dass Fleisch gesund ist und einige Vorteile gegenüber einer rein pflanzlichen Ernährung hervorbringt. Genauso wie die pflanzliche Ernährung einige Vorteile gegenüber des Fleischkonsums aufweist. Doch ein vermehrter Fleischkonsum birgt gravierende Gesundheitsrisiken mit sich. So sagte zum Beispiel Professor Hans Hauner, Direktor des Instituts für Ernährungsmedizin der TU München, Wer den Fleischverzehr einschränkt, senkt sein Risiko für Erkrankungen wie Typ 2 Diabetes und Darmkrebs. Mehrere Studien bestätigen im Übrigen dieses Zitat. Zusätzlich ist fettiges Fleisch oder stark verarbeitetes Fleisch schwer verdaulich, was dazu führt, dass die Verdauung verlangsamt wird, du vielleicht an Bauchschmerzen leidest oder andauernd müde und träge bist, da dein Körper vermehrt mit der Verdauung beschäftigt ist und dir jegliche Energie raubt. Man könnte weitere Stichpunkte auflisten, doch wir belassen es bei diesen Punkten. Lass mich dir nun einige Tipps mit auf den Weg geben, die bezüglich dieser Thematik deine Gesundheit fördern. Punkt 1. Lasse die total ungesunden, verarbeiteten Fleischprodukte weg oder schränke diese stark ein, wie zum Beispiel Wurst, Salami oder Mortadella. Mit diesem Schritt wirst du ohnehin schon dein Fleischkonsum stark reduzieren und keine fragwürdigen chemischen Inhaltsstoffe zu dir nehmen. Punkt 2. Kaufe vermehrt Biofleisch oder zumindest qualitativ gutes Fleisch. Es ist zwar teurer, aber genau das sorgt dafür, dass du seltener Fleisch kaufst, dafür jedoch in bester Qualität und bestem Nutzen. Punkt 3. Sei dir bewusst, dass insbesondere grünes Gemüse Chlorophyll enthält, das grüne Blut der Pflanzen, welches unser Blut reinigt, dich jünger hält und zahlreiche gute Effekte bezüglich deines Immunsystems, deiner Gesundheit und deines äußeren Erscheinungsbildes hervorbringt. Punkt Nummer 4. Sei dir auch besonders als Sportler bewusst, dass zum Beispiel Bohnen, Linsen, grüne Erbsen, Kichererbsen und Nüsse sehr gutes Eiweiß liefern und miteinander kombiniert sogar ein perfektes Aminosäureprofil aufweisen. Du musst als Sportler nicht jeden Tag Fleisch essen. Punkt Nummer 5. Fleisch liefert keine Ballaststoffe, Gemüse und Hülsenfrüchte hingegen schon. Ballaststoffe sind unerlässlich für eine gute Darmgesundheit, deshalb greife viel öfter zu Gemüse. Falls du jedoch deinen Fleischkonsum nicht reduzieren kannst, so kombiniere zumindest Fleisch mit Gemüse oder Hülsenfrüchte. Und der wichtigste Hinweis am Ende, sei deiner Frau nicht sauer, wenn sie dir nach diesem Video eine vegetarische oder vegane Woche vorschlägt. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Falls dir dieses Video gefallen hat, so würde ich mich über ein Like freuen. Islamische Grüße und einen gesegneten Tag.